Wir entschärfen heute ne Bombe. Hallo! So, wir entschärfen ne Bombe, wie nimmt man da am besten richtig Blitz? Hitler. Was? Ähm. Hit Radio, RTL. Antenne? Nein, ich will jemand andern nehmen. Ich hab's mir andern überlegt. Ja, dann geh doch zurück. Richtig sledge. In meinem Leben gibt's kein andern. Achso, ich muss so weit. Aber jetzt warten wir wieder. So. Sparen. Bombe. Guten Tag und herzlich willkommen zurück hier auf MikeyLBTV. Hallo! Wir spielen heute Bombe entschärfen, weil wir uns gedacht haben, wir entschärfen wollten mal ne Bombe. Fanden wir Bombeidee? Richtig. Und bevor da rauskommt, wollten wir die noch schnell wegkriegen. Das ist ne Bombeidee. Im Wahnsinn des Wortes. Warte mal, wir müssen erst mal mit Drohnen fahren. Brumm 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 brumm. Brumm brumm. Brumm. Der meiste meine erstmal einen Kilometer ... Kann ich da mal eine Treppe? Nö, kann sie nicht. Du kannst mit der auch springen ne? Wenn du Lert hast drückst. Ach, nein, hör auf. Äh. Jo, hier wurde auf jeden Fall nicht ein Stachelgrad... ...internationales Stachelgradlager. Oh, hallo. Für Sie. Diesen Bomber. Hallo. Gehen wir wieder zurück? Hallo, die Bombe. Die ist hier irgendwo, ja. Hier sind ganz viele Leute, auf jeden Fall. Ja, na, Sigi, ich weiß, wo die Bombe ist. Zack, Rinder. Bombe A haben wir. Moment, war der auf mir. Und du hast den Entschärfer. Wieso habe ich den? Du kannst sie gleich mit F oder so fallen lassen. Wenn du ihn nicht haben willst. Also hier ist Clear, hier ist Clear. Ne, wenn dann... Ich werde ja wohl eher weniger sterben als du. Wieso? Weil es Fakt ist. Ich hätte gern Granaten. Ach, guck mal. Nehmen wir mal die. Danke, dass du mich geflasht hast. Kein Problem, ich habe dich auch geflasht. Kein Problem, ich habe dich auch geflasht. Du wüsst nicht, dass es eine Windgranate ist. Vorsicht, hier ist irgendwo ein C4. Jetzt plant er den Scheiß Diffuser. Wieder hin. Oh Vorsicht, Bomber, Vorsicht. Bevor du plantest. Zu spät. Der ist weg, dann ist er zu Ende. Entschärfer auf Position. Gegenfeindliche Aktionen. Done! Vorsicht, ich höre einen Bomber. Dann ist er bei dir. nevermind ich glaub der ist bei mir lol ich bin schon wieder tot aber nicht nur ich ok vielleicht sollten wir nicht schwer machen warum bist du weil ich von hinten ertötet worden bin ertötet wurde er mach mal ab mod nummer 5300 was weiß ich tschüss end